Hallo meine werten Zuschauer. Erst einmal möchte ich mich mit diesem kleinen Audio-Video bei den Zuschauern entschuldigen, die jetzt vielleicht schon seit mehreren Wochen oder genau zu sein, seit fast einem Monat, über einem Monat, auf neue Videos warten, wirklich entschuldigen. Und ich wollte hiermit ja eigentlich sagen, warum ich in letzter Zeit keine Video-Uploads gemacht habe und man nichts von mir gehört hat. Außerdem will ich im Anschluss dann noch eine kleine Veränderung in meinem Upload-Plan euch nahelegen. Aber zunächst, wie gesagt, Entschuldigung, dass in letzter Zeit überhaupt nichts von mir zu hören war. Ich habe zwar immer mal wieder versucht, ein neues Datum für neue Updates festzulegen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Erst lag es daran, dass ich eine Magen-Darm-Verstimmung hatte, hatte da dementsprechend nicht unbedingt die Motivation, großartig was aufzunehmen. Andererseits war dann auch das Weihnachtsgeschäft auf der Arbeit sehr, sehr stressig. Allein vom Stressfaktor her habe ich da nicht den Nerv zu gehabt, mich abends dann um halb neun, neun nochmal hinzusetzen und noch was aufzunehmen, zu konvertieren, zusammenzuschneiden etc. Ich hoffe, soweit ist das Verständnis. Und dann gibt es noch einen Punkt. Das war einfach, ich habe innerhalb der letzten zwei Monate von meinem letzten Video-Upload so ziemlich keine Veränderung in meiner Viewer-Zahl oder in meinen Abonnenten bemerkt. Anfangs hat mich das nicht gestört. Ich meine, ich habe mit einer Handvoll Abonnenten angefangen, es sind dann und wann mal wieder neue dazugekommen. Aber es hat mich dann doch schon gepackt gehabt, jetzt im Dezember, dass wirklich sich gar nichts verändert hat. Ich weiß natürlich, dass es zig Let's-Play-Kanäle gibt, dass man meine Videos nicht einfach so als Vorschläge auf der Startseite sieht. Bloß es ist halt schon ein bisschen deprimierend, wenn man halt wirklich täglich was uploadet, sogar versucht aktuelle Spiele zu uploaden, was ja bei Kingdom Hearts der Fall sein sollte und wirklich dann nichts passiert ist, beziehungsweise in drei Monaten vielleicht ein weiterer Abonnent dazugekommen ist. Und das war halt dann schon ein kleiner Knick in der Motivationsleiste. Und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder weitermachen. Ich werde, ich habe Mittwoch und Donnerstag frei, das heißt, ich werde in der Zeit neue Aufnahmen machen. Ich werde aber diese Woche erstmal nur so eine kleine Nebenaufnahme machen. Das heißt, erst frühestens ab Sonntag könnt ihr dann eben mit Let's Play Pokémon Blatt Grün und Kingdom Hearts Final Mix wieder rechnen. Die Zwischentage zwischen Donnerstag und Sonntag werde ich halt mit einem kleinen Nebenprojekt, nenne ich es mal, ausfüllen. Was ich jetzt, sage ich mal, zur Entspannung gemacht habe nebenbei. Okay, ja und dann wollte ich jetzt nochmal was zum Uploadplan sagen, den wollte ich etwas verändern. Und zwar mit Ausnahme von diesem Sonntag und Montag werde ich Sonntag und Montags keine Updates bringen. Also ich werde keine Videos hochladen, ganz einfach aus dem Grund, sonntags muss ich aufnehmen. Ich bin berufstätig, ich arbeite im Einzelhandel, das heißt, ich bin im Idealfall auch samstags dann auf der Arbeit. Sprich, Sonntag ist dann wirklich mein einziger fester Tag, wo ich davon ausgehen kann, dass ich Aufnahmen machen kann. Deswegen werden am Sonntag keine Uploads mehr stattfinden, genauso wie am Montag. Montag ganz einfach deswegen, da es der Start der Woche ist. Die meisten hassen Montag. Und klar, ich würde es schön finden, wenn ich natürlich nach einem fasten ersten Arbeitstag in der Woche wieder ein tolles Video sehe. Aber andererseits muss ich das natürlich dann auch dementsprechend schon vorher konvertiert und zusammengeschnitten haben. Und ich denke mal, wenn ihr mir die beiden Tage Zeit lasst, dass ich Montagabend dann auch nochmal ein bisschen was nebenbei zurecht basteln kann, wird es eben den Rest der Woche viel besser laufen. So, jetzt zu meinem Haupt- und Neben-LPs. Also mein Haupt-LP ist ja ganz klar Kingdom Hearts. Das ist immer das aufwendigere Spiel von den beiden, die ich gerade spiele. Davon werde ich jeden Tag ein Video posten. Das heißt von Dienstag bis Samstag. Und zwar zwischen 18 und 20 Uhr. Das heißt immer abends. Hat auch wieder den Grund, ich arbeite im Einzelhandel. Ich bin im schlimmsten Fall, Idealfall, haha, bin ich natürlich auch nicht vor, achte daheim. Deswegen habt ein bisschen Gnade damit, wenn ich nicht ganz so die Zeitleistung einhalte. Ich versuche halt bis um 8 Uhr abends das Ganze hochgeladen zu haben. Das Neben-LP wird nur noch alle zwei Tage starten. Sprich, wenn ich das mache, Dienstag, Donnerstag, Samstag, Punkt. Ganz einfach aus dem Grund, die Neben-LPs sind nicht ganz so aufwendig wie das Haupt-LP. Wenn ich halt Sonntag wirklich den ganzen Tag nur mit meinem Haupt-LP verbringe, habe ich halt nur noch ein bisschen Restzeit dann für meinen Neben-LP. Was dann aber trotzdem fast genauso umfangreich ist wie das Haupt-LP. Zumindest von der Video-Anzahl her. Deswegen, also ich werde es wahrscheinlich auch so machen bei meinen Haupt-LP, zumindest bei Kingdom Hearts jetzt, damit es mal schneller vorwärts geht. Dass ich eine Stunde lang aufnehme und das dann in drei Folgen splitte. Sprich, ich werde auch keine Verabschiedung dann mehr bringen. So, bye bye bis zum nächsten Mal. Das werdet ihr halt dann in den drei Teilen oder mehreren Teilen nicht haben. Und ich hoffe, das ist auch nicht so schlimm für euch. So, das wäre jetzt eigentlich schon meine Ankündigung gewesen. Ich hoffe, meine Zuschauer respektieren das, was ich jetzt gesagt habe und umsetzen möchte. Ich bin kein Gronkh, ich bin kein Sui, ich bin kein Decay. Okay, ich gebe mein Bestes und ich kann eben nur mein Bestes geben, was neben der Arbeit läuft. Und das ist halt Sonntag. Nein, jetzt ernsthaft. Also ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Und ich hoffe, dass ich meine bisherigen Zuschauer nicht allzu sehr enttäuscht habe. Und ich hoffe, ihr schaut meine Videos wirklich gerne weiter. Und bleibt am Ball, genauso wie ich es jetzt wieder machen werde. Dann erstmal vielen Dank an euch alle und stay tuned. Ciao.